Kirsten Dunst Der Kleine soll am Donnerstag, dem 3. Mai, in Santa Monica, Kalifornien, um 8.16 Uhr auf die Welt gekommen sein und Dennis Hubert Plemons heißen. Das berichtet, de Blast, unter Berufung auf die Geburtsurkunde. Offiziell haben die Eltern das allerdings nicht bestätigt. Erst im Januar machte Dunst im Zuge einer Babybauchfotostrecke ihre Schwangerschaft öffentlich. Die Schauspielerin lernte Plemons 2015 am Set der Netflix-Serie, Fargo, Kennen und Lieben. Seit 2017 gelten die beiden als verlobt. Zuvor war Dunst unter anderem von 2002 bis 2004 mit ihrem Kollegen Jakke Göhlenhardt, 37, liiert.